Hier haben wir ein Video mit diesen Energiespeichersystemen, Vata-Batterien, wie viele Volt haben die, 225 Amperestunden 12 Volt, sind alle parallel geschaltet, ja? Oder in Reihe? Nee, parallel, alle parallel. Die Ausbeute ist gleich, weil Leistung ist immer I mal U, also die Spannung, 6 Batterien haben wir hier, 6 Batterien mal 12 sind 72 Volt und die Ampere pro Stunde, also 72 Volt mal 225 Ampere, ist dasselbe wie 6 mal 225 Ampere mal 12 Volt. Ja, also das Produkt aus Spannung und Strom bleibt gleich, bei gleicher Kapazität, Kapazität, ach jetzt haben wir 57 Minuten, das ist gut, ich mache nochmal die Leinwand hier, so, ist ein bisschen nicht so schön jetzt hier, so, bedanke mich für die, ach da sieht man mich ja, wie ich das filme, das finde ich ja gut, das sieht man auch die Schweine, Aha, wie sie gefehlt werden, dann aufheben.